Was ist das für eine spannende Maschine? Diese spannende Maschine ist eine Entwicklung, die unsere Kunden herangetragen haben. Es ist eine automatische Faserdosiereinrichtung für organische oder für synthetische Fasern. Das sind praktisch die Fasern, oder? Diese Fasern, ja, die sind teilweise von 3 bis 8 mm und die können sehr schwer praktisch handelbar sein, dass wir die automatisch dosieren können. Und hier haben wir eine automatische Faserdosiereinrichtung entwickelt.